ja moin moin freunde hier ist der bambam und hier sind wir bei der nächsten doppelfolge deutscher stahl es gibt ja immer zwei runden von jedem format wenn ich den replays genug habe deutscher stahl hatten wir begonnen mit dem scorpion gehe mit der grille 15 und wir beenden diesen durchgang sozusagen mit dem jagdpanzer 4 und mit dem e 75 okay bevor ich noch was über den panzer erzähle ganz kurz ich habe neue sprüche an bord und das ist jetzt hier heute premiere wir testen die neuen sprüche sofern es möglich ist die sprüche anzuwenden im replay ich hoffe ich sage mal ist er hier alleine sind auch dahin sind sie so ein bisschen ausgesondert hier von seinem team dazu bedeuten hat naja wir werden sehen gut jagdpanzer 4 sieht man ab bis jetzt äußerst selten gesehen glaube ich auf meinem kanal wenn überhaupt schon mal sehe ich auch auf anderen kanälen äußerst selten deswegen auf jeden fall güldi 001 vielen vielen dank für das ding jagdpanzer 4 er ist hier in einem sechser 5er match top tier auf der karte welcher bucht hier schon mal luftholle und gucken wir mal gerade was man im gegner team kv2 so 8 arti mein lieblings arti auf tier 6 so was haben wir noch kenne mal jemanden der mitte blackhawk im gegner team jetzt annett wirklich was ist doch die piste kopi die piste kopi okay gut also dann über den panzer 6 deutschland jagdpanzer 88 mm kanone als top gun die hat auf mit 145 pen of normaler munition knappe 200 also 194 hat er mit premium munition dann noch mal 44 doch mit he er hat dabei scherenfernrohr wie es für jagdpanzer natürlich sinn macht tarnetz und ansonsten die kleine ausführung von den zubehörern reload von der kanone stock 6,7 sekunden circa und wenn er alles hochgepimpt an wie man das ja so nennt kommen da auf gute 4,3 sekunden runter 220er kellen verteilt das teil im schnitt 440 ps bringen das teil 40 km h in der spitze gut ist dass das ding ziemlich flach ist wie ein e25 eine schöne flache silhouette ist also sehr schwer auszumachen wenn er dann noch tarnetz und gute tarnung geskillt hat ist das ding natürlich super getarnt schlecht gut schlecht gut ist die frontpanzerung eigentlich aber wenn man die unterwanne trifft hat man riesengroße chancen ihm den motor zu ziehen weil der sitzt vorne und dann wisst ihr alle was das heißt okay so viel vielleicht zum fahrzeug ich würde sagen wir leben los auf fischer bucht starten das ganze ding und dann gehen wir in seine sicht erfährt so wie es aussieht hier auf die sniper position in dem kleinen örtchen durch guckt sich ein panzer selber noch so ein bisschen an ich muss ja schon die ganzen die ganzen neuen sprüche muss ja schon noch klar kommen was das alles noch im horor ich hoffe ich hoffe ich treffen die richtigen situationen so wird wohl hier stehen bleiben fährte barma noch um gut er denkt sich wahrscheinlich ganz dahin ist er steht er nicht so gut er will weiter nach vorne aber da geht doch schon was auf der arm x da hinne ok hat dann doch gemerkt dass er auf ist aber er hier wenn wir da auch nicht treffen den crusader er bleibt aber einfach stehen ja und da rappelt es natürlich jetzt kommt er auch noch einmal hoch 0 ends immer noch 0 ends im moment auch er ja er ist einer von der kategorie wenn du denkst du hast einen dummen vor dir bist du an der richtigen adresse davon bin ich überzeugt der am x alles drüber gang der steht 100 wo immer noch doch ja das dauert nicht mehr gedacht original ne der spruch hat gepasst wahrscheinlich kein lampe drauf auf dem panzer hat ne gemerkt dass er auf ist spätestens noch im ersten hit wäre ich einfach weggefahren gut gut es geht weiter t52 ok er steht hier in so einer kleinen senke drin sehen wir das das ist so ein steht eigentlich gar nicht so schlecht das muss ich schon sagen das muss ich schon sagen so was machen die jetzt pushen die jetzt auf den turan da so wie es aussieht gut er fängt sich jetzt erstmal eine vielleicht kann dann sogar rausgeschoss ne 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 dafür ist der t50 zu schnell aber 2 zu 5 das sieht nicht gut aus und zwar gar nicht 2 zu 7 um gott des willen um gott des willen das sieht alles andere als gut als wie gut aus jetzt kommt der t52 damit nochmal angeprescht das ich mache ihn kaputt Junge sauber 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 so 5 zu 7 mittlerweile sie holen ein bisschen auf ah was machen wir ein t34 der 8 denkt er ist äh unnahbar ja ja die kette gezogen auf wiedersehen 7 7 mittlerweile dritter kill und der turan hält sich doch in der mit immer noch irgendwie so jetzt verlagert das sich in die mit rüber oh weh oh weh oh weh oh weh oh weh oh weh jetzt gehts los jetzt gehts los meine Fresse fährt der einfach durch die ganzen Panzer durch und keiner killt den also ist das halt ne 9 zu 10 erstmal der kv 2 9 zu 11 ich ja der ist schon weg gut oh wo ist der Schuss hingang aber Ghost gel das war wohl ein Ghost gel die hat er mal noch jetzt hat er grad seine Meditation erfüllt zack der ist weg oh der Panzer 4 hydrostatisch hat er mit dem Motor kaputt geschossen ich hab's euch gesagt er sitzt vorne 11 11 still da steht da steht ein Panzer 4 h gucken wir mal auf 4 kills hat er im Moment auf der Uhr ja das kill nochmal 5 würde ich doch mal fast sagen schön so Panzer 4 hydrostatisch für dich zählt nur 1 ich kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten echt ey genau und so wirds jetzt auch passieren dann tippe ich mal ganz stark und drauf öffne Kill Nummer 6 wir haben die Kriegermedaille hier und da ist einer ey Mann ey Schönen Dank du Arsch das gibt's doch gar net oh das ist wirklich geil habt ihr das gesehen die Hummel mit dem einen letzten Schuss killt sie beide da dritte geil ach ist das herrlich und den gespotteten Damage den kriegt er wir haben am Ende hier 1800 Schaden gemacht gute 600 ermöglicht 6 kills Kriegermedaille und beim Stande von 2 zu 7 das Match gedreht super hat mir gut gefallen ich hoffe die Sprüche haben auch irrens wie gepasst gehen wir in die Auswertung und dann in Runde 2 Ciao liebe Freunde hier sind wir in der Auswertung am Ende war es ein Panzerastitz das der Gültige gefallen hat Großkalibermedaille und die Kriegmedaille 6 kills 1900 Damage und knappe 600 ermöglicht 15 Mal hat er geschossen 11 Mal getroffen und 11 Mal die Panzerung durchschlagen ansonsten nichts besonderes Tagessieg getütet ohne Premium gespielt muss man sagen hat er 25.000 Credits abkassiert schön Teamauswertung 1036 Erfahrungspunkte damit ist er klar war der starkste gewesen und von der Panzerung äh von der Panzerung vom Damage her 1900 war er naja nicht klar der Böschte aber gut hier Hummel der Kill am Schluss mit den 2 Stück auf Emor geil stellen sie sich ja optimalerweise so dahin super also das hat grad gepasst wie die Faust aufs Au sozusagen im Gegnerteam wo eigentlich Keiner dabei der irgendwie herausragend gespielt hat Keiner gut ich würde sagen vielen Dank für dieses schöne Ründchen und wir gehen sofort in Runde 2 Freunde und hier sind wir wie versprochen in der 2. Runde wir fahren mit mit Halleluja 54 ein Reentry bei mir im Clan er war jetzt gut 2 Jahre weg beruflich ist jetzt wieder zurück und haut mir gleich hier in die E75 Runde um die Ohren ist ein Deutschland Fanatiker also was die deutschen Fahrzeuge angeht in World of Tanks unterwegs zusammen mit Tante Ju auch wieder Reentry bei mir im Clan im Jagdtiger und dann haben wir schon die beiden Top Tiers neben dem Typ 4 schwer und dem T54 9er 8er Match auf Himmelsdorf und hier fühlt sich so ein E75 oder auch der Jagdtiger hier nebendran natürlich wohl keine offene Map klasse Artillerie gerade mal gucken gibt's gar keine das passt ja sogar noch besser das passt ja sogar noch besser ähm 12,8 hat er drauf die 12,8 cm Kanone die 10er Gun 246 Durchschlag mit normaler Munition 311 mit APCR und 65 mit HE 400 also 500er Kell teilt das Ding aus ein Stock Reload von 19,5 Sekunden den kriegt er aber runter auf gute 12,5 Sekunden ähm Panzerung ach ich ganz ganz vergesse gerade eben bei dem bei dem Jagdpanzer der Jagdpanzer eben ganz kurz nochmal hat eine Frontpanzerung von 80 Millimeter seitlich 40 22 hin raus hier haben wir eine Frontpanzerung von an der Wanne 160 am Turm 252 ist natürlich das Schmuckstück dieses Fahrzeugs ähm seitlich an der Wanne 120 Turm 160 und hin raus die Wanne 120 Turm 160 900 PS stark 40 kmh in der Spitze und sollte jetzt lassen wir einfach mal laven ursprünglich den Tiger II beerben 1945 ist aber leider nur aber das heißt leider also muss man immer definizieren oder definieren wie man das nennt leider wenn ich dann natürlich man hat dieses technische äh Monster nie sehen können weil er leider nur auf Papier entstanden oder ja es gab ihn nur auf Papier wer weiß was passiert wäre wenn diese ganzen Panzer wirklich existiert hätten das wollen wir gar nicht wissen ok Schlachtergasse ist klar Top Tier 10er Kanone harter Turm keine Arti fahren die Schlachtergasse das ist ja wohl völlig klar so halleluja dann äh bin ich doch mal gespannt bisschen seitlich hinstellen Front nach vorne und AP Munition geladen Objekt mh fast da war er fast da war er fast zu durchschlagen er sucht die Stelle das ist schon geil er sucht die Stelle zum schießen aber wach immer du es mal da kommen noch ein paar da bräilt der Emil schon zum ehrstum an seinem Turm ab guck dir das an es steht 01 er hat noch nicht geschossen ah Mist 0203 da fällt mir nur Endsinn Mokos Zorura Mokos Zorura Mokos 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 was meint sie damit Ach halt doch die Schnauze komm da muss ja mal irgendwann was machen halleluja Irgendwann muss ja mal ein Angriff ja oh 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 0 4 und jetzt wird es hier äh ekelhaft schön Nummer 1 ist raus 1 zu 4 oh leck Gommi wahrscheinlich hat er 1 zu 6 oh Gott oh Gott oh Gott zweiter Schuss zweiter Schuss ne dritter Schuss zweiter Hill E-Mail ist auch raus schön 2 zu 8 Objekt pusht jetzt die hat schon mal weh gedauern LTTB ne die hat schon mal weh gedauern oh gehts hier ab eh Schade hätt ich gern gesehen na den hat er krit den LTTB aber er muss jetzt aufpassen die schießen da oben vom Hill die schießen jetzt vom Hill es steht 4 zu 10 boah gehen die jetzt hingekesselt leck mich am Arsch er tut seine Schüsse genau timen er tut seine Schüsse genau timen komm da nicht hin das ist die Scheiße da kommt er nicht hin da oben so schon ne auch nicht er kämpft hier mit allen Tricks guck dir das an aber pass auf der AMX kommt langsam hinter dir muss ich jetzt aufpassen ja da gibt es schon die erste Kelle ah abpralla Fahrer geliefert oje 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 schön hier ist 3 aah ach ey man Broghetto schönen Dank du Arsch jetzt geht es aber hier langsam jetzt wird es langsam eng doch hat er Klick gehabt och der IS-3 bounced Broghetto ist raus 2300 Damage im Moment 4 Kills und er kann sich nicht bewegen weil er alles im Arsch hat oh leck der zieht ihm nur die Kette was haben wir denn da Lorraine ach ey meine Fresse was macht der IS-3 zieht ihm wieder nur die Kette das gibt es gar net das gibt es gar net der IS-3 da vorne ne das Achina von denen hier wenn du denkst du hast einen dummen vor dir bist du an der richtigen Adresse davon bin ich überzeugt hihihi mhm genau WP E-75 well played oder wat Klick wie sauer hat der die Karre ist total im Arsch 5 Kills 2900 Damage man hören euch das Ding mal an oh leck mich am Arsch yeah da kommt's da da kommt's da wo ist das Objekt um Gottes Willen wo ist das Objekt wo ist das Objekt was haben die noch ach ach die haben noch die haben noch einen Defender mach ich in der Fresse das wird hier jetzt nochmal richtig spannend oh hat nur der Motor gefliegt Wahnsinn hört sich die Karre schon gleich ganz anders da ne sehr schön das ist unglaublich ne wie die Zeit vergeht ich könnte ja auch mal ist schneller vorlauf hat kommt hier mal der berg hochkommt und gibt mir so schnell verdingen wirklich eine doppelte geschwindigkeit jetzt noch mal normal die pötter kommen das gibt es gar nicht weil ich runter geht wesentlich schneller unglaublich wo haben die sich dann versteckt ist natürlich schon gefährlich dann in so einer situation über die hill zu fahren mit so einem langsamen panzer haben wir das objekt und das ist afk das ding naja dann ist ja alles gut das ist schön da sind wir bei 4 3 ist das herrlich unglaublich einfach nur hier ein solar plexus jungen weißt ja was da teils ne bam und danach vollgas so war bisschen damage free damage gemacht und es ist die fänder was damit dem ist der afk glaube ich da jetzt nicht oh leck mich am arsch die sind beide afk das doch klapp ich nicht macht es schon das gibt es gar nicht schön klasse leg mich in einem arsch super das sind die zwei letzten Typen sind afk da fliegt mir das blech weg unglaublich ja so geht es manchmal so geht es manchmal okay ich hoffe es hat euch gefallen gehen wir in die auswertung tjo leute unglaubliches Herzschlagfinale in dieser runde oder ne unglaublich also mein lieber halleluja das war eine runde aus dem ja ich sag mal aus dem gebiet Glück also zuerst mal der IS-3 der fünfmal schießt und viermal die cat sieht glaube ich ja ich weiß nicht und dann sind die zwei zum schluss sind afk das gibt es alles gar nicht so was aber das gehört dazu auch solche spiele muss es geben sieben kills 5000 damage 1100 abgewährt dafür gibt es die panzerass die spartaner medaille die stahlwand den großkaliber und die krieger medaille fast sogar noch ein kill mehr nachher aber die strahlwand bei 1100 geblockt das ist schon also 1000 muss er blocken okay naja 18 schüsse 17 treffer 15 durchschläge schaden haben wir drüber gesprochen 19 kurz vor 7 oh ja leck da gehen andere schaffen das gibt es gar nicht was haben wir 51.000 mit premium rausgeholt kein tagessieg 3000 erfahrungspunkt jetzt gucken wir uns das mal noch an 1381 erfahrung damit ist er der stärkste gewähnt tante ju war nicht verkehrt auf platz 5 damage mäßig tante ju sogar auf platz 4 ja die top tiers auf der t54 der hat jetzt nicht so wirklich viel geriss aber hier zenturium 5 1 sache sau das ding was hat denn der gebraucht gebounced geht mich jetzt mal interessieren 1800 der turm von dem ding ist einfach nur genial kann ich euch sagen spülen den immer schön ernst wie hold down das ist ein geiles ding gut also klar seine top tier rolle hier aus ausgespielt und hier sind die zwei spezialspezialisten das objekt ist ja noch gefahr bis vorne an die eck unglaublich hammer echt hammer dreieinhalb tausend schaden der andere top tier hier der titanium noob okay battle star galactica leck mich am arsch battle star galactica naja gut ich bedanke mich natürlich auch bei halleluja dass er nochmal da ist dass er nochmal aktiv spielt ach bei tante ju und dann natürlich gleich für so ein schönes ründchen hier top damit runden mal deutscher stahl ab und dann geht es doch direkt weiter mit dem nächsten motto aber da werde ich euch nichts verraten das werdet ihr dann sehen bis dahin euer bau tschüssi kowski tschüssi kowski tschüssi kowski tschüssi kowski